Nachdem wir letzte Woche die fünf größten Fehler beim Wandern hatten, kommen wir doch heute mal zu den fünf größten Fehlern, die einem am Klettersteig das Leben massiv schwerer machen können oder einen im Worst Case sogar knallhart umbringen. Also, auf geht's! Am Klettersteig gibt es so viele Dinge, die man einfach nicht machen sollte. Zum einen, damit man keine schlechte Zeit im Klettersteig hat, zum anderen, damit man sich nicht selbst oder andere umbringt. Deshalb hier mal die klassischen Do's und Don'ts. Dieser Fehler gefährdet im Prinzip alle Beteiligten und kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Im Klettersteig sollte man grundsätzlich immer darauf achten, dass wenn man in Passagen unterwegs ist, die nach relativ gerade oben führen, viel Abstand hält. Da die Zwischensicherungen der Stahlseile nicht immer einheitlich angebracht sind, sollte man immer überlegen, wie weit die Person vor einem stürzen würde, wenn sie jetzt gerade ausrutscht. Dann sollte man noch zwei Meter für Bandfallendämpfer und Co. dazurechnen. Wenn man dann aber draufkommt, dass die Person einem auf dem Kopf landen würde, dann weiß man, dass man etwas mehr Respektabstand halten sollte. Selbst wenn die Person super sicher unterwegs ist. Fehler können allen Menschen passieren und gerade das haben wir selbst ja auch gar nicht in der Hand. Leider wird dieser Fehler unglaublich oft, also quasi immer, vor allem in typischen Modeklettersteigen gemacht, also Steigen, die man mal gemacht haben muss. Auch geführte Gruppen sind mit ihrem Bergführer oft in diesem gefährlichen Stil unterwegs. Deshalb schaut euch keinen Blödsinn ab, egal von wem, und haltet euch an diesen Abstand, der ja, wenn man es mal durchdenkt, einfach nur logisch ist. Das gleiche gilt übrigens für den Hintermann. Man kann sich nämlich genauso gut verletzen, wenn man jemand anderem auf den Kopf fällt. Und deshalb hängen euch Leute so eng hinten dran, dass ihr die Marke des Klettersteigsets im Nacken spüren könnt, dann weist diese Menschen zurecht. Erst freundlich, später unfreundlich. Schließlich geht es sowohl um deren, als auch um eure eigene Sicherheit. Und wenn Leute überholen wollen, sollte man ihnen einen passenden Platz anbieten, sobald sich einer dafür auftut. Doch unterm Strich sind wir alle dafür verantwortlich, dass Abstände eingehalten werden, damit niemand... naja, ja, damit niemand drauf geht. Klettersteige dauern. Manche länger, manche kürzer. Nehmt die angegebenen Zeiten in der Literatur also durchaus ernst. Und addiert auch gern etwas Puffer dazu. Selbst Sportklettersteige kommen einem oft recht kurzweilig und abwechslungsreich vor, es vergeht aber trotzdem viel Zeit. In Sportklettersteige steigen immer wieder Leute, gerade jetzt im Herbst, erst am späten Nachmittag ein und enden dann letztlich in der Dunkelheit. Wenn man dann keine Stirnlampe dabei hat, steckt man eigentlich ausweglos fest. Und selbst mit Stirnlampe sind Klettersteige einfach schwieriger als bei Tageslicht, da man Tritte vielleicht nicht so gut sieht, die Neigung nicht so gut einschätzen kann und so weiter. Plant also eure Touren genauso, wie wenn ihr auf einen Berg geht, mit Zustieg, Steig und Abstieg. Und im Zweifelsfall, nehmt euch einfach etwas mehr Zeit und seid froh, wenn ihr es sicher nach unten schafft, lange bevor die Dämmerung anbricht. Es ist jedenfalls traurig, wenn man gelegentlich liest, dass Personen aus Klettersteigen gerettet werden mussten, weil es schlichtweg dunkel wurde. In vielen Fällen wäre das zumindest mit einer entsprechenden Tourenplanung, wie man das natürlich bei allen Bergtouren brav macht, vollkommen vermeidbar. Wer sich so sicher ist, dass man am Klettersteig nicht stürzen kann, der sollte das Set einfach weglassen. Wäre nur konsequent. Ja gut, das war jetzt etwas überspitzt und provokant, aber im Kern nicht ganz falsch. Alle von uns. Alle. Ja, du auch. Hey, hier. Du auch. Wir alle haben schon mal unser Klettersteigset einfach mit beiden zugleich umgehängt. Auch in steileren Passagen abseits von A-Stellen. Und genau das ist einfach ein riesiger Fehler. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Wer beide Karabiner zeitgleich umklippt, ist in diesem Moment absolut ungesichert in einer eventuell steilen Wand. Niemand würde mit dieser Logik beispielsweise Seil klettern. Da baut auch keiner einen Standplatz, in dem er sich mal eben ausbindet, das Seil um einen Baumstamm wirft und sich dann wieder einbindet. Es ist einfach vollkommen irre, dass sich das so normalisiert und in den Köpfen verankert hat. In wirklich einfachen Gehpassagen, wo das Seil mehr der Vollständigkeit halber hängt, kein Thema. Kann man über alles reden. Aber in irgendwelchen steilen, senkrechten C-Passagen? Meine Güte, da ist es ganz egal, wie viel Armkraft man hat. Rutscht der Fuß weg, ist die plötzliche Zusatzbelastung auf einen Arm, der gerade das Gewicht so halten muss, so groß, das ist kaum zu halten. Das sollte man einfach unter allen Gesichtspunkten lassen. Ich habe mich da mittlerweile gebessert, mache das nie an steilen und exponierten Stellen. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Ich verstehe auch, dass das immer verlockend ist. Wenn es klappt, dann geht es ja auch viel schneller und man ist schneller über anstrengende Passagen hinweggeklettert. Aber wenn der Karabiner dann mal hakt, dann geht es ja nicht mal mehr schneller. Und es ist wirklich ausschließlich gefährlich. Also lasst das einfach. Ja, ja, wir sind alle gern mit leichtem Gepäck. Nein, noch besser, mit gar keinem Gepäck unterwegs. Weiß ich doch. Aber kein Helm? Keine Handschuhe? Keine Rastschlinge? Auch das sieht man gern mal am Klettersteig. Und das ist nicht nur sehr unangenehm, sondern auch sehr gefährlich. Der Helm ist, glaube ich, relativ leicht verständlich, wieso der lebenswichtig ist. Falls nein, ich habe ein paar Videos zu dem Thema Helme und Steine für euch. Ich pinne sie euch mal unten in den Kommentaren auch an. Die Handschuhe sind beim Klettersteig aber ebenfalls wichtig. Wer ohne Handschuhe längere Klettersteige macht, kriegt schneller mal Blasen oder eben eine extrem rote, gereizte und schmerzhafte Haut. Aber was, wenn man dann noch zwei Stunden im Klettersteig vor sich hat? Dann wünscht man sich die Handschuhe natürlich zurück. Es gibt übrigens auch keinen guten Grund für fehlende Handschuhe. Denn wer sich die teuren Klettersteighandschuhe nicht leisten kann, der kann sich einfach die günstigen Handschuhe aus dem Gartencenter nehmen. Die Spitzen einfach abschneiden und schon hat man die perfekten Handschuhe mit extra Grip für gerade mal zwei oder drei Euro. Und jetzt noch zur Rastschlinge. Es wird mittlerweile immer weniger, aber immer noch gibt es Klettersteiggeher, die ohne Rastschlinge und damit ohne ein wertvolles Backup unterwegs sind. Ja, Klettersteigsets lösen nicht aus, wenn man sich einfach so reinsetzt ohne eine Schockbelastung. Nein, nicht immer ist das die beste Lösung. Denn manchmal, gerade in Quergängen, ist eine Rastschlinge mit 60 cm Länge deutlich besser, weil man nur so ganz einfach wieder ans Stahlseil drankommt, wenn man sich auch wirklich reinsetzt. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Rastschlinge, also eine Bandschlinge mit Karabiner, ebenfalls nicht schockbelastet werden darf, aber eben ihre Länge auch nicht verändert und damit die bessere Pausenmöglichkeit bietet als ein Klettersteigset. Nein, dieser Fehler hat nichts mit der Sicherheit zu tun, aber auch solche reinen Genusstipps betrachte ich für mich als Fehler. Wenn ich mich zu sehr auf dieses Stahlseil konzentriere und zu wenig auf die Natur, den Fels, die Umstände, die Möglichkeiten, dann ist das für mich persönlich ein Fehler. Denn das Stahlseil bietet jederzeit immer eine vermeintliche Sicherheit. Aber oftmals schießt man sich so mit seinen beiden Händen auf das Stahlseil ein, dass alles andere irgendwie ausgeblendet wird. Ganz oft überholen mich Leute im Klettersteig, die einfach wie die letzten ihren Hoch sprinten und den Sinn dahinter sehen, so schnell wie möglich vom Start zum Ende zu kommen. Aber ganz ehrlich, wenn das mein Ziel ist, dann laufe ich einfach den Abstiegsweg hoch. Jedem das Seine, absolut selbstverständlich. Aber man verpasst meiner Meinung nach unfassbar viele Möglichkeiten, am Fels zu kraxeln und zu klettern. Man verpasst die Natur, man verpasst die Kleinigkeiten, durch die ein guter, schöner Klettersteig ja führen soll. Viele Steige gibt es ja deswegen auch, weil sie einen durch schöne Teile einer Wand führen. Da hilft der Laufschritt wirklich nichts. Also an alle Wettkampf-Klettersteig-Geher, bitte möge das nie erfunden werden. Probiert es doch mal mit Gemütlichkeit. In diesem Sinne, ich hoffe ihr habt aus dem Video das ein oder andere mitnehmen können. Falls ja, dann ihr wisst Bescheid, ein Däumchen wäre ein Träumchen, ein Abo, genauso gut da rein. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.